Eine schöne und einfache Möglichkeit Vorspeise zu servieren, Tartelletten aus Toastbrot. Die Füllung könnt ihr natürlich selber wählen. Hier habe ich zum Beispiel Frischkäse, Philadelphia, Gurken und Lachs gebraucht. Dafür nehme ich meistens weißen Toastbrot, Vollkornbrot hält in Form nicht so gut, Sie können es aber trotzdem versuchen. Vollkornbrot ist aber knuspriger. Das Toastbrot rollen wir mit der Teigrolle mit gutem Druck aus, halbieren es und mit Zahnstocher die Ecken wie ein Kuvert fixieren. Eine andere Möglichkeit mit einem Glas oder einer Tasse einen Kreis ausstechen, viermal anschneiden und mit Zahnstocher eine Art Blümelig fixieren. Die Tartelletten für 10 bis 15 Minuten im Backofen bei 180 Grad. So ist es fertig. Die Zahnstocher mit einer Drehbewegung rausnehmen und nicht ziehen. Für die Füllungen kann man alles brauchen. Ich benutze meistens Frischkäse mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Lachs, Schinken, Gurken und so weiter. Und die schöne Vorspeise ist fertig. Wir wünschen Ihnen ganz gutes Gelingen und auf Wiedersehen auf dem Kanal Felix Eickhoff.